Weil wir vorhin geredet haben, es dreht sich alles. Ja, Freddy, komm wieder rein, wo bist du? 12K, Bro! Hier, bist du eingeladen, Leute. So, er hat sofort den Stream komplett, was? Okay, ich will auch in seinen Stream. Anfrage, es geht nicht, es geht nicht. Schreib ihm, wo? Bro, was zum Fick ist das? 15.000 Zuschauer. 10 Millionen Likes. Screenshots, Screenshots. Bruder, den Bro hat mehr Erfolg als ich auf Twitch, Digga. Ich stream seit 8 Jahren. 10 Millionen Likes haben, wenn ihr die Likes. Was mache ich falsch? Oh, es joint jetzt mehr. Okay, warte, wie mache ich das? Ich gehe live und dann? Live geht und dann anfragen. Wir helfen dir. Okay, okay, okay. Ich bin auf TikTok live. Und was muss ich jetzt machen? Und du musst tanzen, sonst kickt er dich. Okay, mache ich. Digga, was geht da jetzt ab? Bro, das ist eine ganze Klasse. What the fuck? Bro, what the fuck? Oh mein Gott! Bro, what the fuck? Was gucken wir hier? Wir haben gleich 10 Millionen Likes. Dicke, er hat 13K-Viewer, Bro. What the fuck? Ja, ist so. Weg mit dem Scheiß, Digga. Ja, so. Endlich sagt es mal jemand. Digga, jetzt aber hier. So, und jetzt könnt ihr mal eure Füße in die Kamera halten. Digga, ich habe einen Gottverdammten Cowboy-Hut gerade gehabt. Bro, das ist ein bisschen eine Scheiße hier. Ey, hier ist so ein Atze, der will mit so einem goofy Cristiano Ronaldo-Buch mit meinem Live-Join, verpiss dich mal. Ey, Mann, Digga, ich will dich nicht in meinem Scheiß-Live haben. Jetzt einfach nicht, bitte. Ey, Jungs, ich check's hier nicht. Ey, war ein übelst geiler Stream. Danke für die 100 Rosen, Mann. Ihr seid die Besten. Ey, warum klappt das nicht? Danke für die TikTok-Cap. Übelst geil. Ich würde dann ditchen jetzt. Macht's gut. Ciao, ciao. Heilige Mutter Maria, das mache ich nie wieder. Im Gegensatz streamt und klickt unten auf Join. Bro, on God, ich habe das nicht. Warte mal, vielleicht, weil ich ihm nicht folge. Abonnieren, habe ich. Ah, oh, Digga, ich muss reinzappen, Bro. Was? Bro, ich muss zappen? Was eine Scheiße. Warum soll ich irgendeinem Typen mein Geld geben? Wie dumm. Bro, wer macht das? Wie hol. Digga, ich schreibe jetzt hier einen Support nach. Das ist doch scheiße. Meine Zahlung konnte nicht verarbeitet werden. Ah, perfekt. Mach dein VPN aus. Yo, perfekt. Du hast keine Stadt mit der Internetverbindung. Au, yo, das wird sein, Digga. Ey, danke, Mann. Mega geile Hilfe hier vom TikTok-Support, Bro. Hey, ich will Thomas abonnieren. Aber geht nicht. Bitte helfen. Bro. Ey, Mann, Nojo, diese... Bro, das ist doch hier... Junge, was... Ey, Mann. Bro, was ist das? Digga, diese Generation ist so gebumst einfach. Ich kann mir doch nicht sagen. Bruder, wenn du mit zehn Jahren anfängst oder mit acht Jahren anfängst, diese Plattform zu benutzen, du kannst doch nur dumm werden. Also, Nojo, du kannst ja nur dumm werden. Also, klar, guck mal, ich bin Streamer, blablabla. Ich bin auch ein kleiner Groove-Lord hier und da. Ja, check ich. Aber das ist doch Quatsch, oh. Also, Nojo, wir sind doch einfach verloren, Bro. Na, ich bin nicht. Das ist over. Das ist over, Chat. Das ist over. Der will mich nicht. Feels fucking bad, Mann. Der hässliche Barfuß-Stanzer-Slot mit schlechter Frisur ist schon belegt. Bruder, die arme Frau. Mann, chill. Hoor Geist. Ha, 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 ha. Im Zeitgeist.